Die Funktion Berganfahrhilfe wird automatisch aktiviert, sobald ein Gang eingelegt wird und das System eine Steigung von mehreren Prozent erkennt. Diese Anfahrhilfe hält den Bremsdruck circa zwei Sekunden lang nach Lösen des Bremspedals aufrecht. Damit hat der Fahrer genügend Zeit, das Fahrpedal zu betätigen, ohne dass das Fahrzeug rückwärts rollt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017